Willkommen am Mittelmeer. Ob Grill- oder Pfannengerichte, vegetarische Speisen oder leckere Desserts. Das Restaurant Medo in Siegburg bietet türkisch-mediterrane Gerichte in einem traumhaften Ambiente. Lassen Sie sich verzaubern und Ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeers entführen. Medo – kulinarische Spezialitäten auf höchstem Niveau. Es war bunt und karnevalistisch im Siegburger Kreishaus. Denn Landrat Sebastian Schuster lud auch in diesem Jahr wieder am Tag vor Weiberfasnacht zum traditionellen großen Prinzenempfang des Rhein-Sieg-Kreises ein. Rund 550 Gäste, davon 90 Toilitäten aus dem Rhein-Sieg-Kreis und den benachbarten Kreisen und Städten, werden von Landrat Sebastian Schuster persönlich begrüßt und erhalten den diesjährigen Orden Wir surfen auf der schnellen Welle. Durch das Programm führte Hans-Peter Hohn. Für die musikalische Untermalung sorgte die Kölsch-Band mit ihrem Frontmann Friedl Vogels. Mit Kölsch vom Fass konnte das Jeckevolk gestärkt in den Straßenkarneval ziehen. Prinzessin zu sein, das macht so viel Spaß. Wir werden so getragen von dem Publikum und von den Leuten und auch von unserem Gefolge und der KG. Also es ist das Beste, was in meinem Leben bis jetzt passiert ist. Das ist wunderbar.